Wie können Sie eigentlich diese Packungen beöffnen? Na ja gut, wir haben es versuchen. Einmal zuerst bei diesem Verpackungstyp die Laschen aufziehen. Dann kommen hier einmal die Öffnungsanweisungen zum Vorschein. An und für sich ist die Packung perforiert. Es kann aber sein, dass dann das händische Öffnen nicht so leicht möglich ist. Sie sehen es auch hier. Mir gelingt es auch nicht, dann nimmt am besten eine Schere. Ja, so eine Schere steht hier nichts drauf. Bitte, wir haben Sie vorbereitet. Hier steht hier nichts drauf. Die meisten Packungen mit dem moderneren Dekors haben Sie also eine Schere. Die schneiden wir jetzt hier einmal auf. Am besten auf der zweiten Seite auch noch. So, machen wir es richtig gut. Dann müssen wir hier die Lasche vorziehen. Möglichst eine schöne Schnabel bilden. Das ist nicht schon abgeschmissen. Und jetzt werden wir es versuchen. Danke. 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 Danke.